So, und da das hier gleich fertig ist, holen wir das raus, letztlich kommen wir zurück zum Dark of 20 Modpack Let's Play Folge 65. Wir sind da bei uns hier Flux-Infused Tools zu basteln und eigentlich sind wir eigentlich sogar schon gleich fertig. Müssen wir mal warten, bis der plötzlich hier durchläuft. Gut, ein Schwert können wir uns schon kräften. Ah, ob. Seht ihr ein Ding? Ja, die Hammerschnalle. Aha, aha, aha. Gut, das wird natürlich Strom brauchen. Ach so, wird. Langsam. Ah, sicher aufgeladen, sehr cool. Was dann mehr? Acht und vier. Acht und eins. Aha, okay. Das heißt, da hat man dann mehr Schaden. Okay, okay, okay. Gut zu wissen. So, da ist gleich das Zeugwerk fertig. Und dann werden wir die Tools natürlich gleich austesten. Was sollte man auch sonst tun, ne? Na komm. Das könnte schneller gehen. Und warum ist da jetzt gerade eine... Ach so, doch, passt schon. Hier zwei und da eins. Deswegen hat es mich gerade irritiert, weil da fünf gestanden ist, was ja eine ungerade Zahl ist. Aber es scheint aufzugehen, was wir hier gemacht haben. Glücklicherweise. So, zwei Durchläufe noch, dann ist es fertig. Na komm. Das letzte. Die letzten zwei eigentlich. So, 30. Flachst Elektron. Wozu wir das auch immer brauchen werden. Wir werden es wahrscheinlich nie brauchen, aber ist ja egal. Hopsi, die ein Ding. Ja, so ein Ding brauchen wir. Hopsala, so ein Ding. Und. So ein Ding. Cool. Dann wäre es vielleicht gut, wenn wir die alle noch aufladen. Was kann man mit dem machen? Könnte ich auch. Werden wir gleich sehen. Erstmal wird hier fleißig aufgeladen. Was ist jetzt mal das Wichtigste? Drei. Vier. Da noch ein bisschen Saft rein. Sehr schön. Fangen wir mit dem Ding an. Erstmal. Aha, okay. Normale Axt, ne? Oh, das ist der Turbo-Modus. Aha. Verstehe. Verstehe. Dann die Schaufel. Hopsala, dass die das durchstecken geblieben. Ja, relativ langsam. Dann schreibt mir mein. Arte Schwede. Hopsala. Cool. Okay. Spitzachs testen wir natürlich im Cave, wenn ich es finde. Ja, normale Spitzachs. Jetzt schaut mal um. Da weist mir noch zwei raus. In den Turbo-Modus. Ach, wie geil. Kostet zweimal ein bisschen Strom, aber ist ja wurscht. Das gefällt mir. Dann müssen wir noch schauen, haben wir irgendwo Tiere. Ach, verdammt. Hier haben wir kein Extrigen. Ja, wir haben auch noch viele Bäume bekommen. Da drüben ist eine Kuh. Eine Kuh. Arte Schwede. Let's starten auf Turbo-Modus. Bam. Arte Schwede. Ich will gar nicht wissen, was die Damage macht. Huah. Glück gehabt. Liebe Kuh. Bam. Huah. Pff. Alter, das ist ja Wahnsinn. Ich weiß gar nicht. Macht unser anderes Schwert One-Hits. Ich weiß. Okay, das macht auch One-Hits. Aber. Okay, also Schwert behalten wir wahrscheinlich das hier. Wobei. Neun Attack Damage. Und da haben wir acht plus vier, wenn es eingeschaltet ist. Acht plus vier sind zwölf. Und das andere hat nur neun. Von dem her. Ja, ist doch das stärker. Arte Schwede. Ja, das geht. Das geht's. Okay. So. Und so oft wie wir hier was selbst machen, ist sehr egal. Wenn wir nicht unbedingt jetzt hier diese Dinger nehmen. Ach, verdammt. Ah, Shovel. Swords. Die kann man natürlich nicht dahin. So. Und dann. Ich glaube hier ist unsere Kiste für sowas. Genau. Na, haben die doch irgendwann auch mal ausgedient. Hätte man ja nicht damit gerechnet. Gut, es ist schon wieder Zeit zum Schlafen gehen. Das gibt's ja nicht. Dann machen wir jetzt noch nen Feed da. Beziehungsweise vier brauchen wir eigentlich. Opsala. Feed stations. Reicht ne Rolling Machine. Ja. Hab ich Stahl. Ja, sehr viel sogar. Hab ich Stahl-Button. Jetzt hab ich gleich Stahl-Platten. Jetzt kann ich ausschlafen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich brauche eigentlich nur vier. So. Ne. Karob brauche ich. Acht. Das ist, wenn ich mich jetzt nicht verrichtend hab. Ne. Acht nicht. Okay. Mehr. Gut, noch geht's. so also drei von denen brauche ich noch eins zwei drei so das war ich noch mal vier eins zwei drei vier ja ich mit meiner rechenkunst so vier feed stations ob da mein bisschen viel level die kann man gleich mal abgeben bevor uns da noch was schief geht so sagt ja hey kann das sein dass da der dings lebt unser so ok dann holen wir mal weizen ich weiß nämlich nicht mehr was die einzelnen tiere ansprechen die brauchen aber wenn ich mich recht erinnere jetzt schon verschiedene sachen ah wheat carrots potatoes normale seeds habe ich keine denn die gehen ja alle runter wahrscheinlich noch ne Achso, Sea-Doil-Tank ist immer noch nicht angeschlossen Aha, okay Schaf reagiert auf Weizen Hat aber nur mehr ein Tier, da sehe ich gerade Kuh reagiert auf Weizen R2 Suppe hat funktioniert Karotten Ahja, das sind die Schweine, die Karotten fressen Gut, hätte mich auch gewundert, wenn die jetzt Kartoffeln fressen Ah, okay Dann gib mir ein bisschen Seeds her So Das war jetzt, ja Don't say a word, sage ich da nur Fress lieber eure Dinger Gut Alte Schwede, sind da schon viele kleine Viecher Ja Was der macht, keine Ahnung Da sieht man heute, dass das vielleicht auch nicht die beste Farmlösung war Die wir bis jetzt hatten Okay Ah, wieder ein Punkt, den ich hier abhaken kann Wartet mal kurz, so Dann schauen wir mal kurz nach hier unten Ob der wirklich noch nicht angeschlossen ist Aber ich glaube, er wirklich was nicht Habe ich hier noch Empfang, ja Dann brauche ich Modems Und zwar 1, 2, 3, 6 davon Ah ja, da haben wir noch Und natürlich Kabel Da haben wir auch noch Reichlich sogar So Zack, zack, zack Zack, zack, zack Computer haben wir wahrscheinlich keine mehr Nee Das Alter Schwede, habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen Das wäre natürlich auch zu einfach gewesen So Gaspain Redstone Gold 1, 2 Das geht sich noch aus hier in dieser Episode Und zwar locker Alt Schwede Heute Tag der Ruckler Day of the Ruckler So, 2 Modems Mach ich noch Achso Carver vielleicht dran Keine Ahnung ob das sinnvoll ist wenn man das so vercarvert, aber was so ist Lover Set Lover Set Sea Doil Lover Set DNA Genau ID Und ID Ja, Enter sollte ich eigentlich drücken Dann brauche ich noch Dann brauche ich noch Eine ID von einem von denen 16 Das haben wir jetzt alles für Programme drauf Ach, nur das Startup Ok, also Computer 16 Merken 16, 16, 16, 16 Ich starte hier Kurz die Konsole Irgendwo wenn ich ein Fenster finde So, ja Sehr schön, da hat sich die letzte SSH Verbindung gemerkt Ah, cdworlds glaube ich Und dann cdcomputer Ne, cdcomputer Ok, mkdir21 Und der hat 22 Und der hat 22 Ah, bumm, jetzt habe ich alles kaputt gemacht Und kopieren tun wir von 16 Ok, dann kopieren wir von 16 Und zwar Startup Nach Punkt Slash 21 Startup Start Upp, Enter Und nach 22 Das ist jetzt der DNA, Mann Ah, soll ich mich auch aufschreiben 21 war DNA Ne, das heißt jetzt 22, oder? Äh, ID Ah, ja 22 ist DNA Und 21 ist seed oil Seed oil So Ok, DNA waren jetzt von 27 bis 29 29 Was ist relativ leicht Jetzt bärweit 27 28 29 So Sehr schön Und der hat Und der hat jetzt 24 24 26 Okay 24 25 26 Da fällt mir ein, wir brauchen die ID von hinten Das ist jetzt 20 für seed oil 20 21 für DNA Okay Das sind nämlich die ID's mit denen das Ganze im Netzwerk hängt Mit denen das Ganze auch abgefragt wird oben Am anderen Programm So, das brauchen wir nicht mehr Es ist schon wieder Zeit hier zu schlafen So, weiß da noch wer welches Programm das war Ah, test was Aha Ah Äh Nee Shift 5 Nee Uiuiuiui Warum lässt er mich hier die Tasten nicht machen Alt 5 Uiuiuiui Ah, ich mach das eben hier auch auf der Konsole Sobald ich die ID vom Computer weiß 7 CD7 Und Nanotests So Nee, der macht auch irgendwie kein Oniiue ολank Uiuiui Ctrl 5 Nee Ah Ich weiß auch schon warum Denn bei Windows sind ja die Tasten anders Äh Art 8 Nee Ah Halleluja Warum macht der mir hier keine eckigen Klammern? In einem Editor macht der mir es doch auch, oder? Notepads Art 5, 6 Nee, geht wirklich nicht Ich habe gleich die Taste to do, also nicht die Taste to do kaputt gemacht, aber Art 5, 6 Geht nicht mehr Shift So ist auch nicht Ctrl M Hä? Ich habe es kaputt gemacht gleich Art 0 Geht nicht Art Shift 0 geht auch nicht Steuern 0 geht nicht Windows Taste 0 geht zwar, aber falsch Nein, nicht schwächern Hä? Okay Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder Bis dann Wir sehen uns im nächsten Video Vielen Dank.